Ah, Aristoteles. Ah, den muss man wahrscheinlich kennen. Sag mal, ist das nicht der, der die Logik erfunden hat? Naja, erfunden ist vielleicht nicht das richtige Wort. Andere vor ihm haben ja auch schon die Logik benutzt, aber ohne zu wissen, was sie tun. Selbst Kinder denken ja logisch, auch wenn sie die Regeln der Logik nicht kennen. Und du? Was hast du gesagt? Da fällt mir ein Beispiel ein. Nein, gestern wollte mein Sohn ein Eis von mir bezahlt haben. Und seine Begründung war, vorgestern habe ich auch eins gekriegt. Und darum kriege ich heute auch eins. Und das meinte er, sehr logisch. Na und du, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, gerade weil du gestern ein Eis hattest, kriegst du heute keins mehr. Das ist für mich logisch. Na und was hätte jetzt Aristoteles dazu gesagt? Der hätte gesagt, da fehlt noch eine zweite Prämisse. Prämisse. Sag mal, das ist doch wieder so ein Schokoguss, der über dem Soft-Eis drüber ist. Das ist deine Denkmethode. Denkmethode. Ja, äh, sorry, sprich weiter. Pass auf. Neben dem Satz, ich hatte gestern schon ein Eis, existiert noch ein zweiter Vorsatz. Na, und der wäre? Wenn der zum Beispiel heißt, jeder Tag ist wie der andere, dann hätte ich meinem Sohn ein weiteres Eis gekauft. Jeden Tag, bis in alle Ewigkeit. Ähm, das wäre logisch, aber ungesund, ja. Der ist doch noch ganz klein, dein Sohnemann. Wenn die zweite Prämisse aber heißen würde, wer am Vortag schon ein Eis hatte, der darf heute keins mehr kriegen. Dann hätte ich streng nach Aristoteles recht. Hm, lass das deinen Sohn nicht wissen. Die Kinder sind sehr sensibel. Wenn der jetzt rauskriegt, dass er wegen irgendeinem ollen Griechen heute kein Eis bekommen hat, dann will er vielleicht nie nach Kreta zum Urlaub. Und das wäre doch schade, wegen der Gegend, der Hitze, des Meeres und... Logisch. Nach aristotelischer Lehre. Und nach Lehre der Stoiker. Stoiker. Sag mal, waren das nicht auch solche antiken Eisverbieter? Oh Gott, darauf muss ich dir aber jetzt keine Antwort geben. Na ja, ähm... Lebe lang und in Frieden, sagte schon Spock vom Raumschiff Enterprise. Du weißt schon, der, der alles mit Logik erklärte. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Du weißt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!